Wir haben hier wieder Shotgun, Shotgun, Shotgun und ich hab voll Shotgun alles voll Ach kann ich das noch? Ich kann das Ding doppelt aufmachen Ich springe jetzt Warte mal, warte Ich wollte doch noch hin Ich wollte passieren, ob man Schaden kriegt, ob man Schaden kriegt da durch Den Rums hat man ja bis hierher gehört Wum Ich geb dir seine Koordinaten auf dein Echo System Komm bei mir vorbei, wenn du ihn in seine Einzelteile zerlegt hast Ich finde die deutsche Syncro gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen Geht Die schlechtere Und let's go, Skagg Gully Auf geht's Da können wir Skags töten Ganz viele Wir haben hier erst mal Wir haben hier erst mal schön Ah Alter ist das teuer Brauche ich Munition eigentlich nicht Upgrade kann ich mir eh nicht leisten, irgendwas zu verkaufen Ja So Ein ganzes Geld Äh Brick Charge Hier links schild Hm Ah Das ist alles viel zu teuer, kann man das noch nicht leisten Okay, jetzt kann ich mir mehr SMG Munition dabei haben Ja, das ist schon mal gut Es wird Johann料es Schild Schild Wenn ich da DasCO Ich Man Hier lange ist Immer schön mit folgend ist besser Wo lässt du ihn denn jetzt. So muss ich mich die Viecher abholen, die ich noch nicht AGRO machen sollst er war mir ist jetzt hier folgen voll die action musik hier was hat musik ja freundchen du bist wie boah alter da und da ist er verbrennt er mir bei mir gerade er hat bei er schiebt die rechte misst die er kam aus dem schottgang kommt noch vor dann die stadt ab 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 moment ich glaube manche 6 hier müssen wir noch nicht alle müssen noch nicht in diesen zu sterben gesagt es macht den 6 aggro das ist lieber ich hier mal 114 ist kann man pistol munition für mich hallo und schoss schon wieder nur schott kann der freundchen lässt mich zufrieden schaut dann schaut dann schaut gar hier gleich nur weil du kannst du kein schild mehr hast voll die folge die postkampfmusik kommt ich weiß mal besser schießen so und bärm und sagt sehr gut da ist was zufällig gebraucht obwohl achte ich auch das ist für mich das hat eine 100% schaden bei kritischen treffern 88% haben ich habe es nicht gebrauchen schwarz kann die kann ich gebrauchen als er mich das ding ausdruckt das money ha ha oh mein gott guck dir mein ding an ja lady finger ach nee du meinst die smg na du solltest dich dann auch eine zu drehen wenn ich noch in der seite angucken kann ja auch als okay weil es ist cooler es wird ein an an e dann alter macht er schaden das ding alter macht er schaden also so gewiss und tot oh mein gott ist immer die schaut gar desisers und Debach alter wie geil ich sollte ich gemacht fünfmal lieber meine feuerwaffe das held verkaufen nichts großartig ist was würde ich jetzt noch mal gucken Genau. Skill vergeben. So, das war es auch schon. Das kann ich in den Geschütz-Torben abstellen. Und jetzt muss ich mich mal entscheiden, auf was ich einen Skill möchte. Oh, hier ein Schild. Kannst du der Schild hier gebrauchen? Schild? Schild? So, ähm, auf Ausrichtungskillen. Ich könnte Infanterie, Unterstützung und Sanitäter-Skillen. Also, äh, Aufschlag stärkert den Projektil-Schaden für alle Waffenarten. Wächter, der Scorpio-Geschützturm verursachtender Schaden. Verteidigung, verbessere die Aufladerate deiner Schilde. Aber es ist nämlich nur für mich. Vorrat. Wie öffne ich das Menü zum Skill vergeben? Ähm, Tab und dann auf das Hartenkreuz. Vorrat. Spieler, die sich in der Nähe des Scorpio-Geschützturms aufhalten, regenerieren Mundsum für die Waffen, die sie in der Hand halten. Das wäre ja nicht schlecht, hör. Aber ich kann ein Skill vergeben. Fastwalk. Ja, das ist halt dein Action-Skill. Und ich würde hier mal sagen, ähm, entweder, äh, Montions-Regeneration oder Gesundheits-Gegeneration. Ich kann mich unsichtbar machen. Ja. Das kannst du nicht. Was soll ich? Ach ja. Ja, ich bin gut gewartet. Und halt die Fresse. Du komischer. Hier ist glaube ich, man ist so für dich. Moni. 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 Shotgun. Hier auch noch. Da kommt schon ein erster, erster Freund. Hallo, du bist das Begrüßungskomitee, nehme ich an. Arbeiterbandit. Das ist kein guter Idee, ich voraus zu rennen. Momentan. Killerbandit, na super. Oah, Leute, ich gehe hier fahren ohne Ende, ich muss noch kurz in Deckung gehen. Das Gute ist ja, dass die KI strunzt doof ist, wenn man in Deckung geht, dann schieße sie trotzdem dumm rum. Weil ich glaube, du sollst auch mal dein Schritt aufladen, sonst muss ich auch ein Fissen schaden. So, Freundchen. Was haben wir denn hier? Shotgun. Kann ich nicht brauchen, ist schwächer. Trifft zwei besser, ist aber schwächer. Also, da scheiß ich's drauf. So, mal gucken, was bietet denn der Laden an. Ähm. Und er geht schon, während ich nicht schon weiter kämpfe. Was? Ich gucke nur, was es gibt, aber ist nichts Besonderes, was mir auch leisten könnte irgendwie. Ach, die Schachter nicht gleich ein, ich kann nicht, dass ich euch mal eben kurz verkaufen gehen. So. Da, 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 da. Ich befromme mir erstmal, wer waschen tragen kann. Was? Ach so. Ach, ja, toll, du hast schon erledigt, bevor ich geschossen hab. Toll. Schaut's dann, mein Muni. Ähm. So. Was haben wir denn hier ein Feindes? Geld? Muni, Muni. Brauch ich nicht. Obwohl, der ist ja sowieso nochmal doppelt öffnet, glaube ich, ne? Oder müsste er eng sein. Und hier sind wir schon mal ein Eindos. Hat eine Kiste geöffnet, wo ist denn bitte in die Kiste? Da ist ein bisschen Schott, Muni und Combo, Muni, Muni. Ja, brauche ich alles nicht, habe ich alles schon voll. So, jetzt wird es richtig eklig, denn jetzt wird es mir schwer. Eier, nein, Toast ist nicht, nicht gerade einfach. Ich hatte ihn. Es gibt schönere Gegner. Nein, Toast. 9, 10 und 3 Eier hat er auch. So, ähm, willst du dich erstmal um die, um die kleinen Viecher kümmern? Irgendwie. Alter, ich mache ihm kaum Schaden, ey. Nö. Alter, Alter! Wie geht die Deckung? Deckung, Deckung, Deckung. Oh, ihr Mistviecher. Alter, wir machen kaum Schaden, ey, ne? Deckung. Alter, ich... Ich habe, glaube ich, doch ein Heilding ins Kauf. Ich habe, glaube ich, glaube ich. Autsch! Mist, Mist, Mist. freundin 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 danke alter ich sterbe gleich wenn das so weitergeht okay du hast doch noch erledigt ein glück ich gehe mal kurz irgendwo entdeckung weil mein schild ist nämlich schon wieder alter ganz unschön schild bitte aufladen schild wieder aufladen aber ich glaube ich kacke ich bin völlig so aus dem tod auch bitte schild hat auf ja erledigt boah alter bekloppt dazu war kannst du auch die kippe das ding die schwäche als meiner okay man auch kaufmann halt der war schwer war schwerer um einiges ja das spiel ist halt wie gesagt nicht für für ein spiel ausgelegt schottkern schottkern schwächer sniper bis wir es weiter haben ich bleibe bei meinen smg smg ist da nehme ich die sniper und rüste die gleiche aus muss ich so ein motion verkaufen aber was soll es um hier die neue hier liegt nur schottkern für dich als deine ja ich bin erst mal hier als andere luken kann ich auch schon ganz ausrüsten nee oder doch du kannst alles ausrüsten aber ob das ist ein volles bei der klasse weiß man nicht wir haben wir haben eigentlich auch keinen um keinen typen der sniper deswegen also generell kann jeder als ausrüsten was erwähnt aufgesehen von sachen die später noch kommen die ich nicht spoilern möchte hey guck mal meine pistole sie ist gold geld 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 schottkern specher und daher nun ja ach da oben hier noch zeug money money kommt man alles nicht das ist im team und hier ist dann sagt mir es braucht neben der schottkern die ich hier schon vorgabe nun gut dann würde ich mal sagen geht zurück und hast du schon alles genutzt ich schon zu können gehen gut ja hatten die den deutschen nichts gebracht n ich probiere ich probiere wieder mit mehr tragen können mehr waffen ausrüsten können ich würde da nicht runter fallen sonst stirbst du nämlich das ist mir reicht klar du musst nicht sein muss so verbrauchen nicht da ich habe das nur gemacht weil das euch liegt und ich das mit dem beurte du musst auf mich hören es ist unwichtig wer ich bin zunächst musst du wissen es gibt die kammer man wird versuchen dich abzulenken dich auszunutzen aber du darfst dich nicht von deinem ziel abbringen lassen die kammer ist hier und wir finden sie diese welt ist voller gefahren ach nee und zieh los ich beobachte dich oh du beobachtest mich wahrscheinlich auch beim schlafen oder was das würde ich gruselig finden so was nachgeladen ähm sniper will ich mal eben kurz aufladen so ich glaube ich zwar das ganze geld schon wieder ausgeschmissen aber was soll's oh guck mal hallo es geht okay kann ich gebrauchen alter wie viel schaden du kriegst ne auch ihr missviecher alter ohne granate schmeißen wir kurz alle weg das mache ich immer wenn der granaten liegen da schmeiße ich die weg dann schweiß ich meine anderen an weg und hier sammeln sie auf weil wozu liegen lassen oder wie so man das so